Wenn Jesus kommt und die Säulen lohnen, sei's bei Tage oder Nacht, findet er uns mit den Lampen brennend, Schnechte, die da treu gewacht. Wird an der Herr alle wachend, wenn dann fertig für das Heim im Licht, findet er uns mit den Lampen brennend, wachend, wartend, bis der Tor kann bricht. Sollte er kommen am frühen Morgen, rufen uns mit Namen an. Wenn wir die Pfunde ihm wiedergeben, wird er sagen, wohlgetan. Wird an der Herr alle wachend, wenn dann fertig für das Heim im Licht, findet er uns mit den Lampen brennend, wachend, wartend, bis der Tor kann bricht. Waren wir treu in dem Unvertrauten, wirkten wir nur immer zu. Wenn unsere Herzen uns nicht verklagen, wird uns dann die Seele geruht. Wird an der Herr alle wachend, wenn dann fertig für das Heim im Licht, findet er uns mit den Lampen brennend, wachend, wartend, bis der Tor kann bricht.